Wo sich eigentlich alle schon mit dem gerechten 0 zu 0 abgefunden haben, fällt es doch noch ein Goal, und zwar in der 89. Minute. Steven Zuber zieht mit einer herrlichen Einzelleistung gerade 5 Thuner auf sich und trifft mit einem Schlenzer wie an den Unterkanten zum 1 zu 0. Unglaublich, wie die Defensive der Berner Oberländer nur zuschauen, aber auch genial gemacht vom Steven Zuber.